Hallo Freunde, ich wünsche euch einen schönen guten Tag, wir kommen zu GTA San Andreas, in dieser Folge machen wir in der Story weiter. Freunde, die sind gut dabei, ich will jetzt mal kurz Statistik gucken, wir haben 11%, wir haben 11% schon, Freunde der Sonne, ich bin zufrieden. Wir haben auch saugute Waffen. Ich schreibe gerade noch schnell die Kugelsjöre Weste und jetzt gehts zu Big Smoke. Äh, sorry Leute. Okay, meine Radskills sind voll. Ach, raus auf der Karre, du meine. Was ist jetzt Part 24 oder so? Ich will auf jeden Fall ein bisschen spielen heute Nacht. Wollt ihr auch? Mehr Let's Played. Dann sagt mir Bescheid welches, aber ich halte jetzt mal kurz an der Klappe. Und hol mir kurz was zu trinken. Ich habe einen Blick. In der letzten Folge waren wir auch bei Big Smoke. Ist das die letzte Folge bei Big Smoke? Etwa? Ich hoffe ihr seid zufrieden soweit wie das hier so läuft. Wenn ich hier rauskomme, muss ich wissen, dass du mit diesem Schein gehst. Schau, Smoke, wir gehen wie zurück. Wir grossen, Mann. Das ist das, was ich spreche. Das ist mein Dauw. Hey, schau, wenn du das Schein beginnt zu spüren, komm in der Blastin, okay? Ich bin down, Dauw. Hey, Baby. Von Company? Motherfucker! Das ist mein Dauw. 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 Ich war davon ausgehört, Big Smoke Ich guck mich jetzt genauer rum Gibt es noch Waffen oder so? Mal gucken Ich bin jetzt noch Waffen kann das ist schon wieder die Kackwaffe die SMG ist einfach eine geile Waffe das ist einfach so eine Tech-9 die ist ne die die Mecke scheife wohl so scheife für mich das ist geskriptet so gut war es schon nie alter in der Mitte so gut war es schon nie alter in der Mitte so gut war es schon nie der Mitte du bist echt nicht der Mitte Leute wuhu 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 Oh Shit Now a truck found us again Man stop being so negative focus on the good news Such as We ain't dead and your trigger fingers still works fool I think the gift bout to screw up on this tang i can't get no speed Cheers Point taken I'll keep my mouth shut from now on Watch out back Oh Shit Du gehst gleich in die Luft, Alter. What? Wo kommt ihr denn her? Woah, shit! Aber... Können die jetzt mal alle sterben gehen? Danke! Danke! Warte... Danke, voll vercut. Wir haben es geschafft, Jungs! Wir haben es geschafft, Leute! See you later, I love you! Wir haben es geschafft! Okay, Boys! And Girls! Wir sind noch mit dem Spiker. Dann schauen wir uns zu. Oh, sie lög! Oh, sie lög! Oh, sie lög! Die Nerven kriegen. Oh, sie, look, ist eine Nervenzicke! Warum steht ihr so scheiße hier rum, alter? Mit einer Waffe! Ich muss doch mal durch, du Pisse! Da die viel geiler ist, da knall ich auch gern mal, meine Homies übern Haufen für die Waffe, ah, die geiler ist, stehst! So, dann überspeichern wir das mal, so Leute, es geht weiter! Was kommt danach für Let's Plays, könnt euch's sagen, Final Fantasy oder GTA 5, ihr dürft abstürmen! Oder Final Fantasy oder The Evil, ihr dürft abstürmen! Und wenn ihr mir nicht abstürmt, auf meinem Kanal, entscheide ich, was kommt! Also habt ihr in dem Moment Pech gehabt, Leute! Sorry! Nein, mal ernst jetzt! Wenn ihr nicht abstürmt, auf meiner Facebook-Seite, stimme ich halt weiterhin ab! Wenn die Spiele kommen! Und die Spiele hat Klassiker zur Zeit! Ist auch viele Klassiker! Was haltet ihr zum Beispiel von Driver 2? Wäre auch ne Möglichkeit, auf diesem Kanal! Auch ein Klassiker! Der Klassiker schlecht stimmt! Er hat schon geile Ideen! Ich hab' Ideen, Leute! Nur, wir müssen sagen, was ihr sehen wollt auf meinem Kanal! Wenn ihr mir das nicht sagt! Ey ihr scheiß Bullen! Dann kann ich auch schlecht entscheiden, was ihr sehen wollt! Also, ja, ja! Ich sag' euch mal, welche Spiele zur Verfügung stehen! NHL! Äh... 16, 17, 18, 19! Woodstocks! Wither and Evil Zero! Und... Wither and Evil 1! Wither and Evil 4! Wither and Evil 5! Assassin's Creed! Äh... Little Big Planet! Handball 16! Battlefield 4! FIFA! 18! Formel 1! 16, 17! Ihr dürft entscheiden, Leute! Ich hab' mich da komplett raus! Ich würd' ja gern die Wither and Evil Reisen! Let's play'n! Aber jetzt... Wither and Evil Zero anfangen! Aber schreib' mir das mal in den Kommentaren! Oder es stimmt auf meiner Facebook-Seite ab! Bennino LP! Hannity! Ha! 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 Now gangsta! I'm here for good! Yeah! What fuck this gig, man? W-W-2K-19, W-W-2K-18, äh was noch Let's Playen würde wäre W-W-2K-2K-17, ähm, Showcase-Modus, den würde ich noch Let's Playen, für euch. Das würde ich schon machen. Beim Wrestling kann bei euch immer gut an, komischerweise. Vielleicht fange ich auch an ein Universe zu starten, mein Universe, ich würde einen eigenen Ring erstellen, ich würde eine eigene Show erstellen, ich würde alle Vestler, ich würde eine eigene Match Card erstellen und so, eigene Titel. OG OG! OG OG! AG- Maybe I need to do this on my own.